Es gibt auch anständige Leute. Rechtschaffende Leute, sagen Sie. Ja, rechtschaffend wie die, die sich im Krieg töten lassen. Nicht wahr? Diese Flammen deinen Augen. In meinen Augen ist etwas so Seltenes. Ich muss nach Hause. Zum Abendessen. Dann wirst du nie den Stern sehen, auf den du zugehst. So wie ich ihn gesehen habe. Wie das Herz einer Blume. Schau genau hin. In einer Minute. Schau. In einer Minute. Wie kommt's? Ich werde ab heute richtig arbeiten. Weißen Sie in meinen Augen. Um ehrlich zu sein. Vielleicht haben wir uns einfach nie wirklich verstanden. Ich meine zumindest, was die Art und Weise betrifft, wie wir die einfachen Dinge des Lebens sehen. Wie bist du? 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 Der Blume ist. Wie bist du? 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 Schauderhaft. Siehst du, was sich in den Bäumen abspielt? Das Blau und der Wind. Der blaue Wind. Bock, Bock, Bock. So ab heute geht's los. Ich habe die Restmitte gezahlt. Es ist 10 Uhr. Ich mache mich frisch und gehe arbeiten. Erster Freier, zweiter Freier, dritter Freier. Wie spät ist das jetzt? Es ist 2 Uhr morgens. Es ist 3 Uhr morgens. Wie sind wir? 5 Uhr morgens. 10 Uhr morgens. Erster Freier, dritter Freier あと Nein Federicozil. Erster Freier, dritter Freier Player wieprister auch